Im Bereich Gewerberecht kursieren viele Unklarheiten und Halbwissen. Fakt ist, wenn Sie etwas selbstständig, regelmäßig und mit Ertragsabsicht machen und Ihre Tätigkeit durch die Gewerbeordnung geregelt ist, brauchen Sie dafür einen Gewerbeschein. Es gibt auch Tätigkeiten, die sind nicht gewerblich, wie zum Beispiel Steuerberater, Landwirt, Teestjockey oder Vortragender. Aber die meisten Tätigkeiten in Österreich sind gewerblich und benötigen daher einen Gewerbeschein. Ob und welchen Gewerbeschein Sie brauchen, bestimmt das, was Sie tun. Wenn Sie zum Beispiel Waren einkaufen und verkaufen, sind Sie Händler und brauchen dafür einen Handelsgewerbeschein. Wenn Sie Unternehmen beraten, was Sie tun sollen im kaufmännischen Bereich, sind Sie Unternehmensberater. Damit haben wir auch bereits die beiden großen Gruppen von Gewerbe genannt. Handel ist ein freies Gewerbe. Das bedeutet, Sie brauchen dafür keine spezielle Ausbildung, um diesen Gewerbeschein anmelden zu können. Sie müssen nur mindestens 18 Jahre alt sein. Unternehmensberatung hingegen ist ein reglementiertes Gewerbe. Das wiederum bedeutet, Sie müssen eine spezielle Ausbildung haben für diesen Gewerbeschein. In diesem Fall ein Studium und Managerfahrung. Ob Sie einen Gewerbeschein brauchen und welchen, klären wir für Sie ab im Gründerservice. Einfach vorbeischauen und wir klären diese Fragen für Sie und bei Bedarf melden mir auch gerne gleich den Gewerbeschein für Sie an.